Ich werde wahrscheinlich nicht die Person sein, weswegen wir verlieren. Nö, den Part übernehme ich. Ich muss ja meine Zuschauer gut aussehen lassen. Ja. Siehst du? Ich habe nur gesagt, ich werde nicht eine Kurzzeit, warum wir failen werden. Oder? Habt ihr gesagt? Warum geht QI jetzt so nett? Was? Das ist ganz einfach. Das Domander wollte in den Jungle gehen. Das hat QI jetzt nicht eingesehen. Also hat er reingeschossen, ja. Und daraufhin hat er den Creep geklaut. Oh, meiner denkt oben mit. Nice. Die Cloud ist sehr stark. Ja, du musst es durch. Das oben. Aua. Da hat er jetzt andere Spaß, ja. Das ging jetzt irgendwie zu schnell. Na komm, ich bin nicht auf Base gekommen, weil mich das blöde Sticky weggedrückt hat. Jetzt sind wir schon wieder. Quasi, ja. Okay, 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 okay. Ich gebe mal Punkte ab. Yeah. Yeah. 29 Punkte. Das klappt. Das klappt so. Oh, drei Stück in der Mittag. Hast du Stress? Alles klar. Alles klar, ich bin sowas von tot. What the fuck, Alter. Ähm, das ist jetzt in der Mitte. Ich würde die Bädre kommen. Ich gebe mal kurz die andere. ich könnte mir einfach alle ist okay bin einfach mal höher als unser schon erfasst dass sie ja hinkommt kein bock mal wo ich da pisst euch also zwei stück sind obendauen ich komme runter kein thema das hatten wir schon auf das ist war richtig gut der mit der tag steht bei minus 2,45 was ist denn nur ich muss hier weg ja alles nix ja unten sind drei ok so vieles funktioniert im jahre ja man muss nur gut sein ja schon also ich habe schon gut ist konnte mir gesehen im jahre denn los hier jetzt sind sie alle unten oder was genau wie sind die mitte mit jetzt kriegst du hin oder das schaffen die schon ich glaube an sie mal oben ist die bestes durch oder mit cloud bestimmt wir haben auch schon angefangen ich habe es hinter mir es war jetzt einfach einer zu viel das kann aber sowas von das tut eigentlich auch das ist schon lustig ja ich bin gerade zum ersten mal diesen bild von tor tok ja und es gab wunderbar das ist nicht stimmt das muss zur seite offen sich für den zweck des teams ich habe jetzt einfach mal mit geholfen was gerade war noch erwischt was ich bin das 11 um mein gut also marcel wenn die börse haben fallen ist dann fällt meistens auch zu alles dazu nach oben ist oben ist halligalli ja der hat gewartet dass ich eingehe und da will ich einfach so viele punkte habe die kommen schon wieder in das gerade war wird klauen wollen die hat ihre holt raus naja ist mir klar was soll ich aber ihr macht ich muss auch hinter das schaue man hat die lorak steht da oben natürlich ich habe es aber ein wenig weggescheucht das klorakt ist mir komplett gefolgt mit der ult bringt halt nix fängt an die hat so weiter so fantastisch 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 dann 200 punkte in der Mitte reingebracht das reicht haben die in der mitte gedankt ja es wird knapp knapp aber ich gute arbeit geleistet ja doch nicht so knapp ich habe ja auch trotzdem getrefft ja wir haben voll angepasst um unten durchzukommen jetzt Untertitelung des ZDF, 2020